Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Weltnaturerbe Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer Insel der Ruhe und der Entspannung Pellworm liegt mitten im Watt Umringt von einem grünen Deich Inmitten von Feldern und Wiesen Durchzogen von Straßen und Wegen mit wenig Verkehr Die zu Spaziergängen und Radtouren einladen Die Insel hat eine überdurchschnittlich hohe Sonnenscheindauer Ist ein Hort für seltene Vögel und Pflanzen Ganz zu schweigen von den gastfreundlichen Einwohnern Willkommen im DRK-Zentrum für Gesundheit und Familie Dr. Gabriele Ackermann-Haus Wir sind eine anerkannte Einrichtung des Müttergenesungswerks Sie wohnen in einem von 36 Zimmern Mit separatem Kinderzimmer, Balkon oder Terrasse Und gleich nebenan Und mit einem direkten Verbindungsgang zu unserem Haus Liegt das Freizeitbad Pellewelle Neben Freizeitaktivitäten Wird dort auch Wassergymnastik angeboten Einfach mal für sich etwas Gutes tun können Und währenddessen werden ihre Kinder altersgerecht betreut Und schulisch begleitet Können Sport- und Bewegungsangebote wahrnehmen Und unternehmen kleine Ausflüge mit ihren Betreuern Neben den Entspannungstechniken Wie progressive Muskelentspannung Autogenes Training oder Yoga Werden die unterschiedlichsten sportlichen Aktivitäten Von unseren Therapeuten angeboten Wir bieten Schwerpunkt-Kuren bei Burnout Sowie für alleinerziehende Mütter und ihre Kinder Außerdem bieten wir ihnen die Möglichkeit Zu einem Erziehungscoaching Lernen Sie Ihre Kinder verstehen lernen Weiter fahren Das macht ihr toll Guck mal, da kommt das schwarze Schafel Das macht ein rotes Schwerpunkt Gut, dass wir uns getetic sind Wie viele Menschen in der Musik Die Kinder sind, die Kinder sind Wie viele die Kinder sind Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Krankenschwestern und Physiotherapeuten begleitet sie, um neue Kraft zu schöpfen. Zur interdisziplinären Betreuung gehören psychologische Einzelgespräche sowie Beratungen, zum Beispiel zu Erziehungs- und Ernährungsfragen. Ankommen, Abschalten, Entschleunigen – hier können Sie das wirklich. Genießen Sie die Auszeit vom Alltag. Lassen Sie Körper und Geist auf Pellworm zur Ruhe kommen. Werden Sie aktiv für Ihre Gesundheit und die Ihrer Kinder. Wir freuen uns, Sie zur Mutter-Kind-Kur oder Vater-Kind-Kur in unserer DRK-Einrichtung Dr. Gabriele Ackermann-Haus begrüßen zu dürfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017